Hallöchen, liebe Bücherfreundinnen, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns die Neuzugänge aus dem Januar an und ich habe mein Ziel, einstellig zu bleiben, leider nicht ganz erreicht. Ich habe zehn neue Bücher bei mir einziehen lassen und es hat deswegen nicht geklappt mit der Einstelligkeit, weil am Ende das Meetful Things Paket bei mir eingezogen ist und ich tatsächlich drei Bücher daraus behalten habe und ich dann dachte, okay, ob jetzt neun oder zehn, ist nicht so schlimm. Von daher alles fein und mit dieser Zahl lebe ich im Januar richtig gut, weil ich definitiv mehr gelesen habe. Ich glaube, ich bin aktuell bei Buch 14 und Hörbuch 15, also ich bin auf jeden Fall beim Lesen und Hören über den zehn. Das werde ich dann im Büchermonat erzählen und ich fand es richtig gut, mir im Januar mal so ein bisschen eine Kauf, ja, nicht Sperre oder so aufzulegen, sondern einfach zu sagen, okay, es steht nicht viel auf der Wunschliste, lass dich mal nicht so von Tauschticket, Rebuy und so weiter irgendwie anfixen. Klar hatte ich Geburtstag, sind auch zwei Bücher bei mir eingezogen, aber ja, sonst war das tatsächlich sehr unkonsummäßig diesen Monat, was wirklich auch mal gut tat. Also ich bin auch froh, der Februar sieht auch noch von der Wunschliste von den Neuerscheinungen sehr okay aus, allerdings habe ich noch einen Geburtstagsgutschein, vielleicht löse ich den dann im Februar irgendwie ein für den ein oder anderen Neuzugang, muss ich mal gucken, aber der März wird definitiv verrückt. Also ich glaube, da muss man dann oder muss ich dann mal so ein bisschen an mich halten und da ein bisschen ganz bewusst atmen und wirklich überlegen, was wird ein echtes Buch, was ein E-Book, was ein Hörbuch. Aber da kümmern wir uns dann im März drum. Von den zehn Büchern sind es fünf haptische Bücher, zwei, nein, ein E-Book und vier Hörbücher. Und ja, 50-50 hat ganz gut geklappt zwischen digital und haptisch und an den haptischen Büchern sind natürlich die beiden Geburtstagsbücher schuld und das Needful-Things-Paket. Sonst habe ich tatsächlich nichts Gebrauchtes oder irgendwie Ähnliches mir zugelegt. Von daher, ja, ich habe einen großen Bogen- und Tauschticket gemacht und alle anderen Seiten und habe mich nicht verlocken lassen. Und ja, das freut mich tatsächlich sehr. Also zumindest diese Challenge oder eigentlich sind in diesem Monat alle Challenges, außer die einstellig bleiben, oder sagen wir zwei von drei Challenges sind geschafft. Ja, ich glaube, so können wir mit dem Jahr weitermachen. Ich packe euch alle Bücher unten in die Infobox. Ich kennzeichne euch auch die Rezensionsexemplare und werde euch auch das Unpacking zum Needful-Things-Paket nochmal mit reinpacken, solltet ihr das am Mittwoch noch nicht gesehen haben. Also schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Ja, wir starten mit den ersten drei Hörbüchern. Ich habe ja Bookbeat für diesen Monat abgeschlossen und ja, das erste Hörbuch habe ich auch schon gehört, nämlich Spellbound Tod eines aufrechten Vampirs von Annabelle Chase. Davon haben zwei Freundinnen von mir geschwärmt und dann habe ich es auch auf Bookstagram ein- oder zweimal gesehen. Und dann musste ich einfach sozusagen auch mal reinhören. Wir haben hier so ein bisschen cozy Fantasy-Crime und haben hier einfach so ein bisschen Urban Fantasy. Wir haben eine magische Stadt, über der ein Fluch liegt und eine Anwältin, die ja, hier eigentlich jemanden das Leben rettet, dann aber aus dieser Stadt nicht mehr herauskommt, weil sie erfährt, sie ist eine Hexe. Ich werde auf jeden Fall mehr dazu im Büchermonat erzählen, möchte jetzt auch gar nicht so viel weiter auf die Geschichte eingehen, aber ich fand dieses Urban Fantasy mit diesem Crime und ein bisschen cozy tatsächlich sehr ansprechend und so habe ich dann auch den Auftakt der Reihe gehört. Dann als Rezensionshörbuch ist eingezogen Belladonna, die Berührung des Todes von Adeline Grace und von der Autorin habe ich die Dialogie so rund um eine Piratengeschichte gehört oder gelesen und die mochte ich sehr, sehr gerne. Das ist jetzt hier der Auftakt einer Trilogie. Das E-Book ist tatsächlich auch relativ günstig, ich glaube mit 4,99 auch erhältlich und ich glaube der zweite Teil ist vom Erscheinungsdatum auch schon angekündigt. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher wann, aber ich habe da schon ein Cover gesehen und gesehen, okay, man könnte es schon vorbestellen. Ja, wir treffen auf Signa, die ist vom Tod berührt. Seit ihre Eltern gestorben sind, glauben ihre Verwandten, dass sie verflucht. Es sei, bis Signa eines Tages von ihrem Cousin in das wunderschöne Herrenhaus Thorngrave eingeladen wird. Die rauschenden Bälle und eleganten Gäste faszinieren Signa, doch der Glanz verbirgt ein düsteres Geheimnis. Die Tochter des Hauses Blythe wurde vergiftet und der Täter steht der Familie näher als vermutet. Als der Tod dann höchstpersönlich erscheint, um Signa bei dem Rätsel zu helfen, weckt er ihr verbotene Gefühle, die sie in einem dunklen Abgrund reißen könnte. Also es soll so eine Enemies-to-Friends-Geschichte in irgendeiner Art und Weise sein. Mich hat hier halt die Begegnung mit dem Tod sehr angesprochen, weil mich da so einen Hauch an Eddie LaRue erinnert hat. Und ich bin gespannt, was hier zwischen Signa und dem Tod geschieht. Und lasst es mir auf jeden Fall dann hoffentlich wunderbar vorlesen und freue mich da auch schon drauf. Auch das nächste Hörbuch ist schon gehört und zwar von Wiegald Boning. Der Fußgänger ist mein drittes Hörbuch, was ich von ihm mir jetzt angehört habe. Und wie es im Grunde der Titel schon sagt, geht es hier ums Wandern, Spazierengehen, ums gemütliche Laufen, ums Flanieren, ums Bummeln, ums Shoppen, zumindest an den Schaufenstern vorbeilaufen. Und das erzählt uns hier Wiegald Boning wieder auf charmant, authentische Art und Weise, wie es auch schon bei Lauf, Wiegald Lauf gemacht hat, als dann auch die Ein Jahr Baden oder Wiegald geht Baden, was ich ja glaube ich im November oder Dezember gehört habe. Wurde auch gehört, seht ihr dann auch im Büchermonat. Dann ist als Rezensionsexemplar eingezogen Fake History von Jo Hedwig T.U. Wies. Ich glaube, sie ist eine Niederländerin, wenn ich das jetzt richtig mir so in Erfahrung gebracht habe. Ich bin über dieses Buch auch gestolpert, weil ein, zwei Leute in meiner Bubble das auf Bookstagram vorgestellt haben und man die Autorin auch auf Twitter findet und sie da wohl eben auch dafür bekannt ist, dass sie diese ganzen Fake History Daten sozusagen im Grunde auflöst. Und sie hat hier 101 Irrtümer in dieser Sammlung enthalten, wo es eben um falsche Behauptungen, Zitate, falsche Überlieferungen geht, wo wir eigentlich alle wahrscheinlich schwören würden, genau so habe ich das gelernt und dann erfahren wir vermutlich, dass es nicht darum geht. Also es war was mit Marie Antoinette, es ging irgendwie um Napoleon, was ich so gesehen habe, fand ich auf jeden Fall spannend und da freue ich mich jetzt definitiv im Februar dann auch auf dieses Sachbuch. Dann war mein Geburtstag und es sind zwei Bücher eingezogen von einer lieben Freundin habe ich bekommen, Herz sucht zu Hause von Christina Monninger. Ein Buch, das jetzt glaube ich bei der lieben Tanja auch ein Highlight des letzten Jahres war und ich mich daher umso mehr dann natürlich darauf freue. Liebe stand nicht im Drehbuch. Charlie wollte immer schon so selbstsicher und mutig sein wie ihre beste Freundin. Als Mia sie bittet während ihres Urlaubs ein paar Dinge für sie zu erledigen, springt Charlie hilfsbereit wie immer ein, ohne zu wissen, worauf sie sich da einlässt. Denn ein paar Missverständnisse später findet sie sich nicht nur in der neuen Wohnung der Freundin am Starnberger See wieder, sondern mitten in deren Leben, inklusive Traumjob in den Bavaria Filmstudios. Aus Charlie wird Mia und obwohl es nur für kurze Zeit ist, fühlt es sich verdammt gut an. Doch dann begegnet sie Sebastian. Er ist Stuntman und verliebt sich in Charlie, in ihre Rolle als lebenshungrige Mia. Was soll jetzt aus all den überwältigenden Gefühlen werden, wenn das Leben nur geborgt ist? Und das klingt richtig, richtig toll und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Bücher. Ich finde auch das Cover richtig schön und bin da sehr happy, das Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen zu haben und bin natürlich mega neugierig, was da drin dann auch so ein bisschen steckt. Das nächste Geburtstagsbuch habe ich dann auch schon gelesen und zwar von Herz zu Herz vom Dalai Lama. Eine Geschichte von Hoffnung und Liebe zu unserer Erde. Und die Illustrationen sind von Patrick McDonnell. Ja, wir haben hier Weisheiten, buddhistische Weisheiten, Gedanken des Dalai Lama, die eben in dieser Art dann mit Zeichnungen auch im Grunde untermalt werden. Also richtig schöne Bilder habe ich jetzt Ende des Monats gelesen und wirken lassen. Das muss man, glaube ich, tatsächlich sozusagen, ist, glaube ich, tatsächlich ein Buch, was man wunderbarst verschenken kann, wenn man eben einen Menschen beschenken möchte, der was so ein bisschen mit dem Buddhismus, diesen Weisheiten, mit Achtsamkeit, ja irgendwie etwas anfangen kann. Also mir hat es jetzt keine Verraten schon sehr, sehr gut gefallen und ich freue mich sehr, dieses Büchlein dann auch in mein Regal zu stellen. Also richtig schön bin ich sehr happy, dass das als Geburtstagsgeschenk bei mir eingezogen ist. Dann habe ich im Januar das erste Secret Projects Buch von Brandon Sanderson gehört, nein gelesen, gelesen und zwar Die Smaragdgrüne See, Das Mädchen und die Smaragdgrüne See, kommt auf jeden Fall was im Büchermona dazu. Und dann habe ich gesehen, dass auch das zweite Buch schon erschienen ist. Und das habe ich mir dann als Hörbuch vom Verlag, ja, im Grunde zu schicken lassen über den digitalen Download. Das finde ich super praktisch und das ist das Herz der Sonne von Brandon Sanderson. Und ich muss gestehen, ich kann dir dem Buch gar nicht so viel sagen. Ich bin einfach sehr gespannt, da mir wirklich, ja, das erste Buch aus dieser Reihe wahnsinnig gut gefallen hat. Die Geschichten sind wohl alle unabhängig voneinander. Es gibt, glaube ich, sechs Stück, soweit ich das gesehen habe. Und es sind, glaube ich, auch schon zwei weitere irgendwie angekündigt. Und ich glaube, zwei oder drei Verlage teilen sich hier irgendwie die Rechte an diesen Crowdfunding-Büchern, also, ja, die im Grunde, ja, Brandon Sanderson ins Leben gerufen hat. Diese Aktion hat, glaube ich, 40 Millionen Dollar auch eingenommen und konnte so eben, ja, im Grunde die Veröffentlichungen, das Schreiben dieser Geschichten garantieren, die ihm schon immer auf der Seele irgendwie lagen. Und ich bin sehr gespannt, was mich bei Das Herz der Sonne erwartet. Es wird auf jeden Fall wieder Fantasy sein. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe gar nicht groß in den Klappentext oder so geguckt und möchte das auch gar nicht, weil ich mich auch hier einfach überraschen lassen möchte. Und ich hoffe, dass es ebenso märchenhaft, poetisch und schön wird, wie es das Mädchen und die smaragdgrüne See irgendwie war. Also, von daher, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Und jetzt, ja, kommen wir zu den drei Büchern aus dem Needful Things-Paket der sechsten Staffel. Das Video packe ich euch auf jeden Fall nochmal in die Infobox. Und zwar ist es Der Freund von Sigrid Nunes. Ein Buch, was förmlich Steffi gerufen hat. Denn es geht um eine Frau, die um ihren Freund trauert, einen riesigen Hund und die berührende Geschichte ihres gemeinsamen Wegs zurück ins Leben. Und es soll ein kluger Roman sein mit untergründigem Humor, hochkomisch und anrührend zugleich. Und ich finde das Cover auch richtig toll, gefällt mir richtig gut. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr neugierig. Deswegen durfte dieses Buch dann auch bleiben. Dann geht es mit zwei Büchern von Katharina Herzog, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob Kathrin Kopbold, je nachdem, was da ihr Pseudonym ist. Der Wind nimmt uns mit. Und ja, von Katharina Herzog hat mich das Cover total angesprochen. Und es soll eine so leichte Geschichte sein, wie ein Sommerwind und so tief wie das Meer. Und ich finde, da kriegt man mich schon sofort. Denn das Leben ist eine Reise und man soll nicht zu viel Gepäck mitnehmen. Das hat schon Billie Eil gesagt. Ja, und wir treffen hier auf Maya, die sich weder an Orte noch an Menschen bindet. Sie ist Reisebloggerin, 32 Jahre jung und hat eigentlich schon die ganze Welt gesehen. Und wo sie aber nie hin wollte, ist nach La Gomera. Denn dort wohnt ihre Adoptivmutter Caroline. Und ja, da die eben nicht ihre leibliche Mutter ist, ja, das hat sie eher durch einen Zufall erfahren. Und das verzeiht sie ihr eben auch einfach nicht so richtig. Doch dann wird Maya schwanger und ja, eigentlich ist der Vater davon nur eine flüchtige Affäre. Und ja, dem möchte sie jetzt aber das auf jeden Fall, ja, eigentlich mitteilen. Und so fliegt sie eher widerwillig dorthin und ja, zu den Aussteigern und Künstlern und auch zu ihrer Mutter. Und sie merkt aber dann, das könnte doch die Reise ihres Lebens sein. Spricht mich sehr, sehr an und sieht auch vom Cover richtig, richtig toll aus. Und ja, hier haben wir zum Beispiel auch La Gomera einmal abgebildet, war ich, ja, noch nicht. Hat mich bisher noch gar nicht so angesprochen, die Insel, dass ich dachte, ich müsste da irgendwie mal hin. Aber vielleicht schafft es ja tatsächlich diese Geschichte, dass ich mich da dann auch mal irgendwie einfinde. Aber ja, freue ich mich drauf. Und dann gibt es noch Zimtzauber. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, die jetzt definitiv im Februar noch gelesen werden sollte. Ist auch eine sehr dünne Geschichte. Ich glaube, ja, keine 150 Seiten. Ja, wie gesagt, Katrin Kopbold oder Katharina Herzog. Ich bin mir nicht sicher, was von beiden ihr Pseudonym ist. Und wir haben hier wohl eine Winter-Weihnachtsgeschichte. Und ja, bin ich gerade so in Weihnachtsstimmung. Aber ich glaube, es könnte, wenn es jetzt draußen die Woche noch mal so ein bisschen kälter wird, vielleicht noch mal passen. Stell dir vor, du hast Pech. Zum Glück. Wir haben hier die Buchhändlerin Elisa, die nicht abergläubisch ist. Doch seit sie aus Versehen kurz vor Weihnachten den äußerst attraktiven Schornsteinfeger zu Fall gebracht hat, geht in ihrem Leben einige schief. Als ihr eine Wahrsagerin eine tiefschwarze Aura bescheinigt und furchtbares Pech prophezeit, wird ihr klar, sie muss den Mann aufsuchen und ihn um Verzeihung bitten. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn der Schornsteinfeger hat sich in die Abgeschiedenheit der Berge zurückgezogen und ist überhaupt nicht begeistert, als Elisa auf einmal dort auftaucht und ihn mit Aufmerksamkeit überschüttet, bis ein Unfall die beiden unerwartet zusammenschweißt. Und ich bin sehr gespannt. Der Klappentext ist ja für dieses kurze Buch eigentlich relativ lang. Ob da noch mehr passiert, als im Klappentext steht. Aber es hat mich sehr, sehr, sehr angesprochen, weil natürlich wir ja auch ein bisschen was einfach über Bücher vielleicht irgendwo haben, wenn wir eine Buchhändlerin haben. Ich bin sehr neugierig und freue mich da auf jeden Fall drauf. Und ja, das waren sie jetzt, die zehn Bücher aus dem Januar. Ich muss sagen, ich finde die Ausbeute richtig gut. Ich finde schön, dass schon ein bisschen was gelesen ist. Und es waren dann, glaube ich, drei Rezensionsexemplare dabei. Also von daher auch das tatsächlich absolut in Ordnung und im Rahmen, ohne dass es irgendwie Druck aufbaut. Und ich bin natürlich neugierig, ob ihr eins der Bücher schon kennt, ob irgendwie eins der Neuerscheinungen auch bei euch eingezogen ist und vielleicht, was eure Neuzugänge im Januar warnt. Ob ihr da noch Weihnachtsgutscheine eingelöst habt oder ob ihr vielleicht ähnlich brav wart wie ich und einfach mal gesagt habt, so, ich gehe in keinen Buchladen, keine gebrauchten Bücher, nichts. Ich ziehe einfach mal durch. Und ob das vielleicht auch bei euch geklappt hat. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.